Es ist Montag und wir starten in eine neue Woche voller Nachrichten zur Elektromobilität. Heute ist der 12. Februar und im E-Mobility Update geht's in den folgenden Minuten um einen elektrischen Puma, viele E-Busse für den Großraum Paris und 1000 neue Schnellladepunkte an deutschen Autobahnen im Rahmen des Deutschlandnetzes. Wir legen los! Die Autobahn GmbH des Bundes hat am Freitag die Gewinner der Autobahnlose im Deutschlandnetz verkündet. Dabei ging es um die Ausschreibung für nahezu 1000 Schnellladepunkte an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen. Die Zuschläge wurden an vier Bieter verteilt. Darunter sind die bekannten Player Fastnet, E.ON und Total Energies sowie ein Neuling in Form der Bietergemeinschaft Autostrom Nord. Bis zum Jahr 2026 sollen die vier Gewinner die Ladepunkte errichtet haben. Ausgeschrieben waren insgesamt sechs bundesweite Lose, die jeweils 32 bis 34 Standorte enthalten. Jeder Standort umfasst vier, sechs oder acht Schnellladepunkte pro Autobahnparkplatz. Auf diese Weise sollen in Summe rund 1000 HPC-Punkte entstehen, die jeweils mindestens 200 kW Ladeleistung bieten müssen. Fastnet hat ein Los gewonnen, das hauptsächlich Standorte im Norden umfasst. Das Konsortium Autostrom hat zwei Lose ergattert und wird mehr als 300 Ladepunkte errichten. Die führenden Kosozialpartner der Bietergemeinschaft kennt man zumindest in der Branche. Darunter ist der auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Projektierer Dres und Sommer, der Energieversorger Enercity aus Hannover sowie der Ladepark und Tankstellenbetreiber Q1 Energie AG mit Sitz in Osnabrück. Mitglieder des Konsortiums sind außerdem die Polgruppe, die Kölner Rheinenergie, die Stadtwerke Neumünster sowie der Ladeinfrastruktur-Dienstleister Westfalen Weser Ladeservice aus Paderborn. Die weiteren Lose verteilen sich auf die Energiekonzerne E.ON und Total Energies. Mit der Erteilung der Zuschläge ist jetzt auch der zweite Teil des Ausschreibungsprozesses für das Deutschlandnetz abgeschlossen. Die Zuschläge für den ersten Teil, die sogenannten Regionallose, wurden vor fünf Monaten vergeben. Bereits damals hatten sich E.ON, Fastnet und Total Energies beteiligt. Fastnet ist mit kurz vor Weihnachten eröffneten Ladepark in Düren übrigens bis heute das einzige Unternehmen, das einen Deutschlandnetzstandort in Betrieb genommen hat. Auf alle Betreiber kommt nun viel Arbeit zu. Unbewirtschaftete Rastplätze sind oftmals nur mit einem unbeheizten Toilettenhäuschen ausgestattet. In der Regel ist die gesamte Parkfläche nicht beleuchtet. Die Standorte verfügen daher nicht über einen ausreichenden Stromanschluss für vier bis bis acht Schnellladepunkte, weshalb der Netzanschluss erst noch gebaut werden muss. Jaguar Land Rover tritt bei der Einführung von Elektroautos auf die Bremse. Im gleichen Atemzug kündigt der britische Autohersteller an, mehr Plug-in-Hybride auf den Markt bringen zu wollen. Die Kursänderung begründet CEO Adrian Mardell mit einem sich abkühlenden Elektroautomarkt. 2021 hatte JLR noch angekündigt, bis 2026 sechs vollelektrische Land Rover-Modelle auf den Markt bringen zu wollen. Der Markenname Land Rover wird inzwischen nicht mehr genutzt. Nun revidiert der zum indischen Tata-Konzern gehörende britische Autobauer seine Roadmap. Bis 2026 sind nur noch vier Elektromodelle geplant. Einen größeren Fokus will JLR im Zuge der Kursänderung auf Plug-in-Hybride legen. Dies begründet der CEO des Unternehmens mit der gestiegenen Kundenakzeptanz gegenüber Plug-in-Hybriden. Wir sind etwas langsamer, als wir vor drei Jahren gesagt haben, wird Mardell von Automotive News zitiert. Wir nehmen uns Zeit, um sicherzustellen, dass wir die besten Fahrzeuge, die wir je entwickelt haben, auf den Markt bringen. Zu den vier batterieelektrischen Modellen, die bis 2026 auf den Markt kommen sollen, gehören das Range Rover Electric SUV und der elektrische Range Rover Sport. Technische Daten sind bisher nicht bekannt. Sie dürfen aber bald veröffentlicht werden, denn das Elektro-SUV soll noch in diesem Jahr eingeführt werden. Ford hat die Modellbezeichnung des reinelektrischen Puma bekannt gegeben. Er wird Puma Gen E heißen und im Laufe dieses Jahres vorgestellt. Der elektrische Ford Puma wird wie die Verbrennerversionen im Werk von Ford Otosan in Rumänien vom Band laufen. Nähere Details zum Puma Gen E nennt Ford bislang nicht. Da die Informationen zu der Modellbezeichnung in der Pressemitteilung zum Facelift des Verbrenner-Pumas enthalten ist, liegt zumindest sehr nahe, dass sich der Puma Gen E optisch an die überarbeitete Puma-Version anlehnen wird. Der Puma war zuletzt immerhin das meistverkaufte Ford-Modell in Europa. Aber, da der Puma auf der gleichen Plattform wie die ebenfalls in Rumänien gebaute Kastenwagen E-Transit Kurier bzw. E-Tourneo Kurier basiert, könnte ein Blick auf die technischen Daten der leichten Benutzfahrzeuge einen Eindruck von der Technik des Puma Gen E geben. Der Antrieb in diesen Modellen leistet 100 kW und die Batterie dürfte anhand der Angaben rund 55 kWh groß sein. Die DC-Ladeleistung soll bei bis zu 100 kW liegen. Der Standard-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll weniger als 35 Minuten dauern. AC-seitig kann mit bis zu 11 kW geladen werden. Ein Ladevorgang von 10 auf 100 Prozent soll knapp 6 Stunden dauern. Der rund 4,20 Meter lange Puma Gen E ist ein Kompakt-Crossover mit Platz für 5 Personen. Selbst bei voller Besetzung fasst der Kofferraum knapp 380 Liter. Hinzu kommen 80 Liter in einer Verstaumöglichkeit namens Megabox unter dem eigentlichen Laderaumboden. Die Verbrenner, allesamt Benziner, leisten zwischen 92 und 117 kW. Zudem gibt es künftig dynamische Matrix-LED-Scheinwerfer und auch mehr Assistenzsysteme als im aktuellen Puma. Wir sind auf den Gen E jedenfalls schon gespannt. Die österreichische Post hat ihre Zustellflotte in Innsbruck vollständig auf E-Mobilität umgestellt. 70 neue E-Fahrzeuge wurden dazu für die Tiroler Landeshauptstadt angeschafft. Sie ergänzen die bereits bestehende Elektroflotte, die sich aus bestehenden verschiedenen Modellen unterschiedlicher Hersteller zusammensetzt. So kommen etwa der Renault Kangoo ZE oder ähnlich große Kassenwagen von Citroën, Opel oder auch Nissan zum Einsatz. Bei den größeren Transportern mit bis zu 11 Kubikmeter Laderaum setzt die österreichische Post unter anderem auf den MAN ETGE oder den Mercedes E-Sprinter. In Innsbruck geht es aber nicht nur um E-Transporter. Die Post will dort auch E-Bikes und E-Roller einsetzen. Die Paketzustellung erfolgt vom Logistikzentrum Tirol aus. Briefe, Printmedien und Werbesendungen werden von drei Zustellbasen im Innsbrucker Stadtgebiet zugestellt. Insgesamt hat die Post nach eigenen Angaben 126 Ladestationen errichtet und 145 E-Vorzeuge in Betrieb genommen. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 4 Millionen Euro. In Paris wird nicht nur das Parken für SUVs teurer, sondern auch der Busverkehr immer grüner. Die ÖPNV-Behörde will jedenfalls 3.500 saubere Busse für den Stadt- und Überlandverkehr im Großraum Paris bestellen. Zwischen 2025 und 2028 sollen den Plänen zufolge jährlich rund 1.000 dieser neuen Fahrzeuge in Dienst gestellt werden. Unter sauberen Bussen verstehen die Initiatoren dabei Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- oder Biogasantrieb. Wie viele der neuen Busse rein elektrisch fahren werden, schlüsselt die Behörde nicht auf. Klar ist aber, die neuen Fahrzeuge werden die 4.200 sauberen Busse und Reisebusse ergänzen, die bereits in der gesamten Region Ile-de-France im Einsatz sind. Diese machen zurzeit fast 40 Prozent der Gesamtflotte aus. Der neue Auftrag soll einen Wert von 1,8 Milliarden Euro haben. Die zentrale Beschaffungsstelle soll dazu beitragen, das Volumen bei den nun anstehenden Fahrzeugkäufen vergleichsweise niedrig zu halten. Die Einrichtung kann durch ihre gebündelten Großbestellungen gute Konditionen bei den Herstellern verhandeln. Von der sauberen Luft profitieren am Ende die Bewohner im Großraum Paris. Das war das erste E-Mobility-Update der noch jungen Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Bis morgen.